Yo Leute, was geht ab? Mucke hier am Start. Ich bin hier bei meinen Eltern im Garten. Ich chill hier ein bisschen. Richtig geiles Wetter heute. Ich hoffe bei euch auch. Wir haben hier in NRW perfektes Wetter. Und ja, heute gibt es eigentlich recht wenig zu erzählen. Ab heute startet TTT. Ich habe jetzt so 10 Folgen vorausgeschnitten. Bin derzeit für Daisy am Schneiden. Ihr wisst ja, oder die einen oder anderen wissen das vielleicht aus dem Livestream oder so. Perry ist jetzt eine Woche lang an der Ostsee. Hat irgendwie so einen, keine Ahnung, Klassenausflug oder sowas. Ich hoffe, der hat eine gute Zeit. Ich hoffe, die haben geiles Wetter wie wir. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Bald kommt wieder ein bisschen Daisy Standalone. Nicht alleine. Ich werde mir wieder ein paar Gäste besuchen. Vielleicht sogar ein paar Abonnenten, mit denen ich das zusammenspielen werde. TTT hat jetzt auch gestartet. Heute kam die erste Folge. Ich hoffe, die gefällt euch. Ist am Anfang noch ein bisschen komplex, sag ich mal. Oder man blickt vielleicht noch nicht ganz durch. Aber im Laufe der Zeit wird man das alles verstehen können. Und sonst geht es eigentlich hier ganz gut. Hier der kleine Kater. Chillt genauso hart wie ich. Charlie! Der will. Der knuddelt hier wieder. Ah, Junge. Der will. Der will immer noch kuscheln. Naja, aber sonst. Mir geht es gut. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr überlebt die heißen Tage. Ich bin ja sowieso der Sommerkind. Ich mag es viel mehr, wenn es warm ist. Sogar wenn es heiß ist. Können von mir aus noch so locker 10, 20 Grad wärmer sein. Und sonst. Genau. Bald kommen wieder mehr Livestreams. Oder sind ja jetzt schon sehr viele Livestreams. Sie kommen immer jetzt noch Late-Night-Streams, weil ich tags meistens lerne. Ähm, aber... Ja. Bald auch wieder abends. Also zu normalen Zeiten. Ähm. Sonst. Was gibt es noch zu sagen? Ich schneide heute... Oder ich werde heute das AC-Video für Freitag schneiden. Weiß ich noch nicht, wie ich das machen werde, weil der Parry nicht da ist. Ähm, muss ich gucken. Ich habe ja noch die letzte Livestream-Aufnahme, die ich sehr, sehr gut fand. Ähm. Da haben wir zwei Sachen gemacht. Einmal eine Mission gecleared. Bei Origins. Und einmal haben wir einen Blackhawk runtergeholt und einen dicken Kampf mit MVP gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das in zwei Folgen oder in eine Folge packen werde. Seid gespannt. Entscheide ich heute Abend. Wer sonst? Esst viel Obst. Esst Fleisch. Werdet stark. Und genieß das schöne Wetter. Haut rein. Werdet stark.